Hallo und herzlich willkommen mit mir, den Eisenbahn MC zu einer neuen Folge, beziehungsweise zur dritten Folge Rising World. Ja, wer die ersten zwei Teile noch nicht gesehen hat, geht mal jetzt oben ein i auf. Dort habe ich eine Playlist ganz oben in der Infocarte hinzugefügt. So, ich würde sagen, wir machen mal... Oh, ich kniee ich. Ne, sah so aus. Okay, ich würde sagen, wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind und suchen Kohle. Ja, wir sind ja letztes Mal in der Höhle gestorben, leider. Da kommt ja auch gleich die passende Trauermusik. Eisenbahn MC ist in der zweiten Folge Rising World ums Leben gekommen. Er wollte nur Kohle farmen, machte einen falschen Schritt in der Höhle und fiel runter. Zum Glück hatte er vor dem Anfang, so vor der Aufnahme, einmal Keep Inventory angemacht. Somit erspart er sich schon mal das nervige Herunterlaufen. Wie zu was, wir springen in die Höhle. Doch er kehrt wieder zurück. Denn er braucht unbedingt Kohle. Er ging runter. Wie zu was, er fing an, erst mal die dritte Folge aufzunehmen. Begrüßte die Zuschauer. Ging zur Höhle. Und er ziel, was in der zweiten Folge geschah. Da kommt ja die passende Trauermusik, sagte er. Eisenbahn MC ist in der letzten Folge... Nee, ist mal Spaß beiseite. So, das könnte ich jetzt unendlich erzählen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ach gut, hier oben ist was. Das muss weg. Wir graben uns Stück für Stück immer weiter runter. Ganz vorsichtig. Ganz langsam. Nicht, dass wir nochmal runterfallen. Mein Ziel ist es, dass es dieses Mal nicht nochmal passiert. Boy, ich sehe gar nichts. So lästig. Ich habe auch keine Ahnung mit dem Quaften hier. Wie was wirklich funktioniert. Ist das schlimm. Ist danach dabei neue Spiele. Ja, hier noch ein bisschen. Das geht so weit runter. Das ist heftig. Am Minecraft würde ich jetzt eingeben. Slash Game Mode 1. Und wir runterfliegen. Könnten wir hier... Ups. Gibt es hier auch irgendwie... Oh, nein. Ich habe doch immer mal wieder... Geht das? Ich bin mal nur ein bisschen neugierig. Okay. Ich glaube, die Cheats sehen komplett aus, weil ich Survival gespielt habe. Das ist glaube ich wie ein Minecraft, dass man die separat erst anmachen muss. Da gibt es ja immer Cheats erlauben, an, aus. Ich glaube, so etwas Ähnliches gibt es hier auch. Aber so ganz sicher bin ich mir dabei nicht. Ich glaube jetzt einfach mal irgendwo, wo ich meine. Auch wenn es richtig unnötig ist. Das geht so weit tief runter. Das ist so ätzend. Auch geil wäre, wenn wir glaube ich hier reinkommen. Ich habe eine andere Idee. Plan B. Ich brauche heute... Diese Folge brauche ich Kohle. Das Ziel... Also das Ziel dieser Folge ist, Kohle zu finden. Na? Weg. Tschüss. Da ist nämlich auch so eine Höhle. So ein bisschen so einen kleinen Höhleneingang. Das glaube ich erst mal besser, bevor ich mich da ganz nach unten grabe. So. Ich will nicht unbedingt eine Spitzsack haben. Brauche ich dafür einen Amboss? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ja, brauchen wir richtig viel Eisen. Das heißt, eventuell, wenn wir noch Eisen sehen... Ups. Bin ich wieder ans Mikrofon gestoßen. Nehmen wir das mit. Toll, da geht es runter. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Da geht es runter. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe so Angst, wenn ich hier runtergehe und dann nicht mehr hochkomme. Aber ich bin zuversichtlich. Dass ich es schaffe, hier wieder hochzukommen. Oh Gott. So ein Fahrstuhl wäre ganz geil. Oh, dann unten liegt, glaube ich, meine Leiche. Das sieht man, glaube ich, hier ganz leicht. Oh, ich brauche doch nur Kohle. Und das ist stockduster. Okay. Das kann, glaube ich, ein bisschen dauern. Das ist auch irgendwie so ein Höhleneingang. Ich habe so Angst, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Aber ist mir jetzt egal. Ich brauche Kohle. Ich gehe jetzt hier einfach radikal hier mal entlang. Ist mir jetzt scheißegal. Boah. Das hört gar nicht mehr auf. Ich gehe immer weiter runter. Ich brauche doch nur Kohle. Oh, das ist ein Erz. Mitnehmen. Okay. Ich sehe nichts. Also, nicht mitnehmen. So, jetzt habe ich mich verlaufen. Kann das sein? Wo geht es hier raus? Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hier raus geht. Willen wir uns selbst killen? Geht das? Nein. Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Oder? Ich komme hier, glaube ich, nicht hoch. Das ist natürlich blöd. Das ist richtig blöd. Toll, ist auch noch nachts. Nein. Ich hatte gerade ein Lag. Ich weiß nicht, ob ich das noch aufgenommen habe. Warum auch immer es gerade ein bisschen geleckt hat. Ich habe die Fackel aus der Hand genommen und dann dachte ich schon, das Spiel stürzt ab. Ich sehe nichts. Komm, lass mich hier durch. Komm. Na, komm. Ach. Ich glaube, ich bin von da gekommen. Kann das sein? Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung. Geil. Was haben wir hier Schönes? Ah, das ist, glaube ich, meine Leiche. Kann das sein? Ja, das bin ich. Oh, jetzt ist da ein Kreuz. Schön. Können wir das abbauen? Ja, können wir. Okay. Hat mir aber nichts gebracht. Oh, geil. Ich glaube, jetzt einfach mal hier. Einfach mal herum. Herzlich willkommen beim Black Screen Simulator. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hergekommen bin. Das ist jetzt, glaube ich, das Problem. So. Nein. Ups. Nicht schon wieder. Nein. Okay. Das hat keinen Sinn mehr. Ich gehe jetzt hier erst mal schlummern, würde ich sagen. Und da gehen wir mal dann am nächsten Tag mal auf Erkundungstour. Okay. Es macht nämlich keinen Sinn, in einer tiefen Höhle zu gehen. Vielleicht finden wir noch eine einfachere Höhle. Denn die ist, glaube ich, für uns von Anfang einfach noch ein bisschen zu schwer. Beziehungsweise für mich. Auch mit der Axt hier, die ich habe. Die baut einfach viel zu langsam ab. Und zwar viel zu langsam. Vielleicht pfügt man ein bisschen Blumen. Ich weiß nicht, was das bringt. Vielleicht braucht man die ja. Ich habe keine Ahnung. So. Da sind, glaube ich, wieder Tomaten. Richtig geil. Die können wir, glaube ich, auch irgendwie anpflanzen. Was sind denn hier für pop-ding-nagische Höhleneingänge? Wollt ihr mich verarschen? Warum ist ja alles so riesig? Ich will doch einfach nur so einen kleinen, simplen Höhleneingang haben. Ich möchte einfach noch Kohle. Boah, nee. Ich will da nicht reingucken. Da kriege ich ja jetzt schon einen Anfall. Geil, Tomaten. Oh. Tomaten. Oh. Oh, was ist das? Eine Zuckerrübe. Geil. Die Sonne blendet mich. Gibt es denn eine Schwienessonnenbrille? Wäre, glaube ich, gerade ein bisschen praktisch. Ah, jetzt weiß ich auch, warum da oben Schnee ist. Das ist ja wie bei, wie in echt. Da geht es ja dann, je höher man geht, desto kälter ist es. Da ist ein Haus. Das ist eine Hütte. Geil. Da ist ein Knochen. Oh, eine Maus. Oh, ist die Maus tot. Aber da ist nichts drin. Kann ich das mitnehmen? Nö, es bringt mir gar nichts. Tschüss. Okay, es bringt mir gar nichts, das Haus. Sind da auch manchmal Sachen drin? Schreibt das mir mal in die Kommentare. Und gibt es auch hier sowas wie in Minecraft so Dörfer? Das würde mich auch interessieren. So. Da haben wir eine Ziege. Mein Gott. Wollt ihr mich verarschen oder was? Warum ist alles so riesig? Gar, ich habe keine Stamina mehr. Guck jetzt einfach mal oberirdisch, ob wir hier irgendwie Kohle finden. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch was finden. Ich muss halt auch bedenken, dass ich den ganzen Weg auch wieder zurück latsche. Nee, ich finde hier, glaube ich, nichts mehr. Das ist blöd. Ich gehe mal den Weg ein bisschen anders zurück. Vielleicht finden wir doch noch einen oberirdischen Eisen, äh, coole Ader ran. Geil. Oh. Mal kurz baden gegangen. Schadet ja auch nicht. Baumwolle. Damit können wir, glaube ich, Kleidung herstellen. Was ist das? Oh, geil. Noch mal einen Apfelbaum. Mitnehmen. Haben wir schon mal sechs Äpfel. Sehr gut. Ich rastiere jetzt hier einfach mal die Welt ab. Was haben wir hier? Geil. Wir haben ja einen richtigen, schönen, kühlen Eingang. Oh. Das will ich mitnehmen. Wenn ich hier schon bin, dann nehme ich das hier auch mit. Was ist das? Aluminium. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir mit Aluminium anfangen können. Okay. Alles schön mitnehmen. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so. Komme ich hier hoch? Ne, komme ich nicht. Hauen wir das einmal weg. Ciao. Gucken wir mal, ob wir hier schnell mal Kohle finden. Oh Gott, das kann ich nicht sagen, dass hier nirgendwo Kohle ist. Wollte ich mich verarschen. Können wir auch selber Kohle herstellen? So, Holzkohle geht das irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal richtig interessieren. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier ein bisschen zurück. Hoffen mal ein bisschen. Was ist denn da? Oh, ein Fuchs. Ach, schön. Die greife ich mal lieber nicht an. Ich glaube, das geht nach hinten los. Was haben wir hier Schönes? Hier ist auch Erz. Was haben wir hier? Das, was ins Wasser gefallen. Seltsam. Naja. Schön Eisen mitnehmen. Da brauchen wir, wie gesagt, sehr viel. Das auch. So, dann. Was haben wir hier noch Schönes? Erstmal. Nur eine Steinwand. Schade. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Geil, jetzt haben wir auch noch Erdbeeren. Richtig geil. Vielleicht schauen wir mal, ob wir irgendwie... Ach ne, ich kann keine Hake herstellen. Ist das blöd. Ist richtig blöd. So. Zuckerrübe. Was haben wir hier? Noch eine Kartoffel, okay. So. Geil, ich hab keine Stamina mehr. Das schleichen wir wieder zurück. Apfel oder... Ne, was ist das? Das ist ein Äpfel. Kann ich das überhaupt eins... Ne, das ist ein Kirschen. Geil. Das ist ein Apfel. So. Dann auch nochmal so ein kleiner See. Bin ich echt so weit weggelaufen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich bin. Notfall stütze ich mich einfach wieder in den Tod. Dann bin ich ja wieder mal in den Spawnpunkt. Geil, eine Melone. Lecker. Das ist wieder ein Schwein... Eine Schweineherde. Ist die Map eigentlich unendlich groß? Oder gibt es hier auch ein Ende? Das würde mich auch mal richtig interessieren. Was war das? Ah, geil. Eine Karotte. Boah, es lohnt sich ja richtig, dass wir jetzt hier mal rumgelaufen sind. So. Da ist ein Baum. Ein Boom ist da. So, dann sind wir auch wieder zurück. Oh, lass mich nur einfach mal hier... Okay, ich kann auch den Stamm einfach anklicken. Dann sind wir hier wieder zurück. Dann würde ich sagen, lagern wir mal das ganze Zeug hier einmal ein. Wir haben Kohle. Wir haben eine Kohle. Wer kommt denn die? Wer kommt die Kohle? Okay. Egal. 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 So, dann würde ich sagen, das war's dann auch für die erste Folge. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Nächstes Mal werde ich gucken. Jetzt gucke ich jetzt erstmal schnell. Werkzeuge. Ob wir hier eine Hake bauen können. Okay, da brauchen wir Eisenbahnen. Okay. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich richtig freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dort werde ich... werden wir nochmal auf coole Suche gehen. Aber vielleicht dieses Mal hier so in die anderen Richtungen. Dann sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Eisenbahn MC. Bye.